Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CringyDingy, dieses ist Folge 12. Allerdings gibt es einen kleinen Twist, denn ihr seht ja schon, das Video ist sehr kurz. Und das erkläre ich jetzt erstmal kurz. Denn ich habe das Video ganz irgendwie, ich habe das ein bisschen geschnitten. Ich habe das für mehrere Stunden geschnitten, ich glaube für 4-5 Stunden. Und dann habe ich das Ganze mal gerendert, habe es dann mal hochgeladen. Und dann habe ich gewartet, bis das Video online war. Das müssen nämlich eigentlich dann online kommen um 15 Uhr. Was war? Es kam online. Ich habe dann nochmal im YouTube-Studio geguckt. Ich hasse das neue YouTube-Studio, by the way. Habe ich geguckt, warum ist das nicht online? Und es wurde einfach weggestrikt. Instant weggestrikt, das Video. Man kann es nicht anschauen, es ist gesperrt für alle Zuschauer. Warum? RTL. RTL 2 Fernsehen stand da, hat einfach alles weggemacht. Und ich dachte mir so, okay, ich gucke mal, welche Stelle das war. Ich schneide das wieder nochmal ein wenig neu. Mach so eine halbe Minute oder so weg und dann passt wieder alles. Weil man muss bei Hilf mir Folgen einfach immer hin und wieder mal ein paar Cuts setzen, damit ihr das nicht richtig erkennt. Das sind ja eh nur Bots, die das checken. Das checkt ja kein richtiger Mensch, denke ich mal. Dann habe ich das Ganze mal neu gerendert. Mehrere Stunden gehen weiter und weiter. Dann lag ich das Video nochmal neu hoch. Es kamen bei Leuten in der Abo-Box rein. Mir selbst hat das irgendwie nicht erkannt. Ich dachte mir so, ja, okay, vielleicht ist er gerade langsam. Und 10 Minuten später wurde das Video auch runtergenommen. Der gleiche Grund. Es war exakt der gleiche Grund. Nur an einer anderen Stelle im Video. Ich dachte mir so, okay, dann schneide ich das Video einfach nochmal. An der Stelle mache ich einen Spiegelrug rein. Hast du nicht gesehen, mache ich da. Und dann passt das wieder. Es ist insgesamt eine Minute weg gewesen oder so. Ja, ich habe wirklich so viel gemacht, wie möglich. Ich lade es nochmal neu bis immer 0 Uhr, 1 Uhr morgens und lade es nochmal hoch. Ratet mal, was war. Es wurde wieder von RTL 2 Fernsehen backgestrikt. Ja, äh. Ab dem Punkt dachte ich mir nur so, okay, ich kann jetzt so lange weitermachen, wie ich will. Am Ende mache ich mir nur das Video kaputt und dann kann man sich das nicht mehr richtig gönnen. Und ich dachte mir einfach nur, wenn ich das Video hochladen kann, dann lade ich es woanders hoch. So, und dann habe ich mir auf jeden Fall überlegt, dass ich das Video vielleicht irgendwo anders halt hochlade. Ähm. Dachte mir so, vielleicht auch Vimeo. Habe mal auf Vimeo einen Account gemacht. Deswegen ist aber nur, äh, mein Video ist zu groß. Und das ging dann immer so weit. Ich habe noch mehrere Webseiten gesucht. Das Datei ist zu groß. Datei ist zu groß, Datei ist zu groß, kostet Geld, kostet Geld, Datei ist zu groß. Äh, whatever, ne? Und dann ist mir eingefallen, so, auf Twitch kann ich doch Videos hochladen, oder? Nö, nur wenn du Affiliate bist. Habe ich mehrmals überlegt, was mache ich dann, Patreon vielleicht? Man muss aber dafür bezahlen, dann lieber nicht. Ähm. Und dann ist mir aber eingefallen, ich kann das Video zwar nicht hochladen auf Twitch, aber ich kann es doch restreamen. Und das habe ich gemacht. Unten in der Beschreibung könnt ihr auf meinen Twitch-Link, äh, gehen. Einfach irgendwo oben ist es, müsste es sein. Kickt ihr drauf. Und, ja. Dann könnt ihr euch das Video ganz normal anschauen. Kein Problem. Es sollte alles klappen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, Twitch ist kein Arsch noch so wie YouTube. Das ist alles irgendwie easy peasy. Auf jeden Fall, ich wollte das nur nicht sagen, dass ihr das Video hier auf YouTube nicht anschauen könnt. Und danke, dass ihr mehrere Minuten verschwellt habt in eurem Leben, um mir gerade zuzuhören. Ähm. Falls ihr, äh, euch das Video gefällt, dass ihr auf Twitch jetzt hochgeladen habt, dann lasst unter diesem Video bitte Like da. Äh, also das hier ist bübige Zeit, wo du die Verlinkung zum Video. Man kann ja auf Twitch keine Links, äh, keine Likes machen, keine Kommentare. Deshalb, ähm, Liked dann bitte das Video hier, wenn euch das Video gefällt. Oder gefallen hat, oder whatever. Und wenn ihr Kommentare habt zum Video, dann hier drunter. Hier, wo ihr gerade anschaut, hier drunter schreiben. Dankeschön. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Vielen Dank.